so mein damen und herren willkommen wieder hier zurück zu einer neuen folge hier auf meinem bunderschönen kanal heute leider ohne dem rattenfänger denn naja wie soll ich sagen ist erst verstorben ein spaßbasierte er hat gerade keine zeit oder viel zu tun ich weiß es nicht ich weiß es schon aber ich darf nicht sagen bestimmt zum zeichnen ja vor kurzem gab es ein livestream in den hatte ich versucht ein paar aspekte zu machen ich habe es auch geschafft ich ja hier man sieht ich habe den born of accept der ist nicht gerade beliebt ich habe den table ja etwas habe ich geschafft braucht so hier die ganzen borns stebe noch aber extra stream steam tommy marx mit dem board of frost ok das habe ich auch verpasst und hier dies könnten wir bauen und das wäre eine sache die gerne jemand haben möchte den wir ganz zu erkennen also das ding ist eigentlich richtig lustig aber ich würde mal sagen ich habe versucht letztes mal was anzufangen was sind das hier kann ich würde mal sagen wir machen wir diesen part erst mal karte wiener tor vizepiest ja wie gesagt könnte man wieder alleine ein bisschen musik im hintergrund und auch jetzt nicht mehr mit dem thema mit von gulia nein das habe ich ja jetzt so genug herausgebracht das ist natürlich auch halleluja hat ja auch lange lange gebraucht beziehungsweise man es sind themen die gewesen die ich nicht so unbedingt nicht auf diesen kanal passen aber das habe ich hauermodus habe ich das mutus genau hauermodus machina 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 das war mit wacus lignium das aussieht warum auch wacus ne warum auch nicht wacus braucht man nicht wohl wie braucht man es waren wir gleich noch mal volvito jetzt haben wir uns paar paar kraftigen bänke nee das das ist was anderes dann muss es was anderes das ist alles aufgezeichnet das ist geil bestia karkus ach du heilige hier gibt es viel knack karkus ach du heilige hier gibt es noch mal auf die kraftigen table das war eigentlich auch ein bisschen logisch ja also manchmal hilft auch mal das game die aufnahme abzubrechen ich weiß nicht was das für ein bug ist also wirklich wenn ich aufnahme abbreche geht es wieder jetzt haben wir auch nur nach acht hier raus mal rein so wir holen uns mal ein bisschen redstone und zeit kann ich mal gucken was mir noch so viel wir brauchen redstone das ist machina machina wollte über mal glaube ich auch gehabt wollte hat man auch nicht modus es ist natürlich diese vorbereitung die ich wieder habe das schon mal wieder nur eine sah nur ha ha gibt auch noch was solum warum auch solum warum auch ja gut davon haben wir eigentlich genug unten kaktus und sowas das geht ja so man merkt wieder wie es rum legt aber ich kann natürlich auch sein dass ich 3000 aufnahmen und wir auf dem pc habe alle irgendwie was mit mafia zu tun ich würde mal kurz die musik ab es können natürlich auch hier dran liegen optionus video settings das hatte ich irgendwann mal wegen irgendwas genutzt gab es näher relativ es ist komisch gerade eben richtig komisch aber gut dass ich nicht mit dem wäcki zusammenarbeite gerade wenn das würde dann noch weniger gehen so wie wir versuchen an meiner hülle zu bleiben oh mein gott eigentlich würde ich ein paar was ganz anderes machen und zwar nehmen eben terminal kurz vor vom dings zu stellen für die höllen und vor soll ein portal wenn ich nie bisher laufen muss aber ich kann und wieder was rausgenommen so wie decken wir jetzt hier drüber das das geht überhaupt nicht runter mit dir da kriegt mir noch wieder augen krebs nähe 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 am besten auf den boden schauen nehmen ein pc sei nicht ausgelastet locker dafür aber okay gut wir gehen jetzt wieder in die hölle den rest müssen wir in die hölle haben kaktus und so ein dreck das müssen wir haben das ist so eigentlich müsst ihr die höllte ja genauso scheiben gleister sein ich kriege gerade krebs ich kriege gerade augen krebs so leute motors nie hier das hier brauchen wir noch da brauchen wir noch um was aber ich glaube das bin ich die wichtig behaupte ich glaube ja das war letzt mal genau das gleiche das war auch letzt mal genau das gleiche da habe ich doch auch Aufnahme wendet und kaum ging es weiter naja gut so zwei sachen brauchen wir noch eine weiß ich noch das ist das redstone und so mit dem hier mechania mich schon mal sieht aber nicht um die kraft so aus doch da ist es ach ja ist das eben schön und hier hat man noch wollen wir wollen wir brauchen ja und was wo ist wohl wie drinnen internet ist schlauer als ich wacos vinicollum showing of kippen visum videox volvids federn skyberry also wir bräuchten am besten federn jetzt läuft das auch immer wieder so flüssig oder auch nicht federn federn haben wir nicht hier jetzt müssen wir doch wieder hoch gehen ich will aber nicht hoch weil es sowieso leckt ich hoffe dass es nicht mehr so leckt zwar mag ich lecken aber dieses lecken nicht so dann gehen wir mal zurück ja klar jetzt warum leckt das jetzt nicht mehr diese frage stellen wir uns seit jahren gut da die musik ja jetzt aus ist und wir nicht wissen wie lange der part ist würde ich sagen ich mache noch diese sache fertig reicht mir locker okay das ist selbstverständlich dass man keine scrap mehr herstellen irgendwie weil wir langsam mit dem recyceln sind das ist schon ein bisschen selbstverständlich aber ich glaube das können wir auch bald wieder gut machen alter schwede hier geht's los naja gut sie können wir auch eine kleine schlacht und vor allem wenn ihr weiß was ich meine ich habe es vielleicht auch mal kurz angesprochen habe ich weiß ich nicht wohin das kommt aber ich habe es lustig wo ich den shop hergestellt habe man sehe und staub war es der hier irgendwas hat sich hergestellt da waren so tausende von sachen hier drauf das krank ich muss ja auch noch was herstellen dass das geht ja nie weiter es ist ja noch schlimmer ich nicht lieber ja ich habe außerdem hier die jetzt viel drin ok gut wie guck mal kurz hier rein wenn diesen levinato war keine ahnung was man damit macht you can lift and tut aber kann man kann über zehn blöcke hoch sich teleportieren lassen so wie ich kapiere man braucht wisst dazu also wenn man sich den politik um ein bisschen bis also die die zauberkraft die polizei ist ja zum tp vielleicht noch was man braucht ich sage jetzt mal an die magischen kräfte der tiere zum beispiel reinzuwerfen und das überträgt sich an die trümer das wird dann hier unten angezeigt was man brauchen dann habe ich was man hat gut oder ich würde sagen wenn ich da ganz gut gefallen hat trotz diesen ganzen lex und durcheinanders wo ich sagen noch ein solit naja günstig ich sagen hat mir doch heute gefallen auch wenn wir alleine waren kurzer bart wir haben nicht viel geredet wir haben auch nicht groß was geschafft ich habe hier unten hier unten sind sachen na klar die haben wir doch gerade hergestellt aber genau den aber gerade hergestellt das heißt dem warum wir zum beispiel nicht mehr den rest den können wir noch mal irgendwann mal erforschen da habe ich natürlich kein problem damit der rest kommt immer hier oben sehen dass man diese bücher waren voll wird sieht nämlich nice aus wenn dann nie so eine volle bücherwand ist obwohl nur sind das haben wir zum beispiel schon mal geschaffen und gemacht den körper haben zum beispiel auch noch nicht ich habe alles nachgeguckt dann würde ich sagen wenn ich dann ganz praktisch gefallen hat gibt noch um wenn ich bin auch noch und schreibt mir natürlich in die kunde ragen bis zum nächsten mal einmal zum ort es hat doch nie geklappt